So, das ist der Campingplatz und Freizeitzentrum bei Kochen. Hier vorne ist die Anmeldung und der Eingang. Hier sind jetzt die sanitären Anlagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann gibt es einen kleinen gastronomischen Betrieb. Da kann man essen. Ganz einfaches, schlichtes Essen. Ist vollkommen in Ordnung. Die Preise sind dementsprechend auch günstig. Dann gibt es auch noch einen kleinen Spielplatz dabei. Hier sind die Gruppe Daten und die Beleidungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020